Und über die internationale Lage kann ich nun sprechen mit Nils Annen, dem Staatsminister im Auswärtigen Abend, den ich recht herzlich in Berlin begrüße. Guten Tag nach Berlin. Ja, guten Tag. Ja, Herr Staatsminister, fangen wir mal mit der Situation in Italien an. Also die Regierungsbildung ist gestern überraschend gescheitert. Ist es jetzt eine gute Entwicklung? Freut sich Berlin darüber? Naja, es ist erstmal eine Entwicklung, die sich im Rahmen der Verfassung abspielt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Staatspräsident hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Und was mich etwa sorgenvoll stimmt, sind einige Äußerungen aus der jetzt gescheiterten Koalition, die ja bis hin zum Impeachment, also zur Amtsenthebung des Präsidenten sich geäußert haben. Wir haben großes Vertrauen in die Verfassung Italiens, auch in den Präsidenten. Dort wird schon die richtige Entscheidung getroffen werden. Ich glaube, man darf auch sagen, es ist nicht die erste politische Turbulenz, durch die das Land geht. Und wir haben immer am Ende gut miteinander zusammengearbeitet. Aber diese klare pro-europäische Äußerung des Staatspräsidenten, das ist natürlich etwas, das wir hier begrüßen. Also da hält sich der Staatsminister diplomatisch zurück. Trotzdem heran, es ist ja keine Außenpolitik mehr im klassischen Sinne. Es ist spätestens seit dem Euro auch EU-Innenpolitik, was da zum Beispiel jetzt in Italien passiert. Jetzt wird es vermutlich Neuwahlen geben. Was würde das denn bedeuten, wenn die Italiener ganz genau wieder wählen, wie das letzte Mal? Naja, das wird ja im Gegensatz zu der einen oder anderen Äußerung, die man in Italien manchmal hört, das wird nicht in Berlin entschieden, das wird in Rom entschieden. Wir werden das Ergebnis am Ende natürlich selbstverständlich akzeptieren. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir gemeinsam jetzt diesen Weg gehen. Und wir müssen mit den Ergebnissen leben. Das gilt ja aber auch umgekehrt für sozusagen unsere Regierung. Die wird auch demokratisch bestimmt. Das ist ein Teil einer demokratischen Auseinandersetzung. Und deswegen werden wir das jetzt in Ruhe miteinander bereden und abwarten. Und Italien bleibt ja so lange auch handlungsfähig. Ich will schon mal daran erinnern, wir haben auch einige Monate gebraucht, bis wir eine Regierung gebildet haben in Deutschland. Deswegen sind wir vielleicht im Moment nicht die allerbesten Ratgeber. Gut, reden wir über das, was in Berlin respektive in Brüssel möglicherweise entschieden wird. In Brüssel treffen sich nämlich heute die EU-Außenminister. Da geht es um das Thema Iran. Nach dem Scheitern des Atomabkommens suchen ja die Europäer, genauer gesagt die EU, nach einer eigenständigen Linie. Da liegen ja Forderungen der Iraner auf dem Tisch. Wie kann denn da jetzt eine gemeinsame Vorgehensweise der EU aussehen? Ja, ich bin doch eigentlich ganz optimistisch. Denn die europäischen Länder, vor allem die EU3, also die Großen, sind ja zusammengeblieben. Und das gilt auch für Großbritannien. Immerhin ein Land, das sich nach der Brexit-Entscheidung ja auf dem Weg nach draußen, raus aus der Europäischen Union befindet. Da haben wir, glaube ich, nicht nur inhaltlich, sondern auch symbolisch gezeigt, in einer Welt, die turbulenter wird, steht die Europäische Union dann zusammen, wenn es darauf ankommt. Aber trotzdem ist es richtig. Es ist keine einfache Aufgabe. Und die iranische Seite sagt übrigens mit einer gewissen Berechtigung, wir haben eine Vereinbarung gehabt, Aufgabe des Atomprogramms und bisher unbekannte und in der internationalen Politik so noch nie dagewesene Kontrollen der eigenen Atomanlagen gegen Aufhebung von Sanktionen und Investitionen. Und letzteres wird jetzt natürlich durch die einseitige amerikanische Politik bedroht. Also die europäischen Länder werden, und das tun wir, in enger Abstimmung mit unseren Partnern jetzt darüber reden müssen, wie wir dafür sorgen können, dass die Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen so gering wie möglich gehalten werden. Dass das nicht ganz leicht ist, das hängt auch damit zusammen, dass wir ein freier, ein demokratischer Staat sind. Wir können und wollen ja Unternehmen keine Anweisung geben, zu investieren. Deswegen wird es sicherlich zum Beispiel darum gehen, dass man kleinen und mittleren Firmen, die kein amerikanisches Geschäft haben und bereit sind, das Risiko, Iran auf sich zu nehmen, mit entsprechenden Finanzinstitutionen und Absicherungen sozusagen Unterstützung anbieten kann. Das heißt, es ist am Ende auf der einen Seite eine politische, aber auch eine technische Diskussion, die jetzt geführt werden muss. Wer auf den Iran schaut und das Verhältnis der EU zu Iran, der muss auch gleichzeitig auf Saudi-Arabien schauen, an den zweiten großen Spieler in der Region. Nun melden deutsche Unternehmen immer mehr Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen mit Saudi-Arabien. Offensichtlich gibt es da so eine Art Boykott, ohne dass ich das überinterpretieren möchte. Wäre es nicht an der Zeit, dass die deutsche Außenpolitik auch wieder besser, ich sage jetzt mal, ins Geschäft mit Riyadh kommt? Naja, es geht ja nicht um ein Geschäft im Sinne jetzt sozusagen eines Unternehmensabschlusses. Wir haben aber ein großes Interesse daran. Es gibt im Moment eine gewisse Spannung zwischen Riyadh und Berlin. Es hängt zusammen mit Äußerungen des ehemaligen Außenministers Sigmar Gabriel, die von der saudischen Seite als beleidigend empfunden worden sind. Es ist eine bedauerliche Entwicklung, weil sich in Saudi-Arabien ja im Moment sehr, sehr viel tut. Wir haben wegweisende Entscheidungen der saudischen Führung zur Kenntnis nehmen können. Erfreulicherweise, Frauen werden in wenigen Tagen die Möglichkeit haben, Auto zu fahren. Wir haben Investitionsentscheidungen. Das Land öffnet sich, ist das erste Kino eröffnet worden. Also auch hochsymbolische Fragen. Und deswegen ist es eigentlich an der Zeit, dass wir wieder miteinander reden. Die Saudis haben ihren Botschafter abgezogen. Wir würden uns freuen, wenn diese Spannung sozusagen jetzt etwas abgebaut und die Normalität wieder hergestellt werden kann. Wir reden natürlich auch mit der saudischen Seite. Aber es scheint etwas Zeit zu benötigen. Und ich kann nur sagen, gerade weil es um Themen wie Iran, aber auch um Themen wie Syrien beispielsweise geht, wo wir die saudische Politik benötigen, wenn wir eine diplomatische Lösung wollen, ist das im Moment eine Situation, mit der beide Seiten, glaube ich, nicht zufrieden sein können. Ich bleibe aber optimistisch, dass sich das wieder alles lösen wird über die Zeitachse. Nur zur Ergänzung, der ehemalige Außenminister hatte den Saudis, Zitat, Abenteurertum vorgeworfen. Deshalb diese Verstimmung. Herr Annen, schauen wir noch nach Moskau. Wir sind ja relativ kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Fußballfreunde versuchen sich darauf zu freuen. Trotz der Dinge, der Dissonanzen, über die wir ja immer wieder berichten müssen, rund um Russland, Menschenrechtslage ist das eine, aber da geht es vor allem um den Abschuss des Flugzeuges. Die Niederländer haben just vor wenigen Tagen Beweise vorgelegt dafür, dass die Russen mit daran beteiligt sind. Was resultiert Ihrer Ansicht nach daraus? Also ich will erst mal sagen, ich freue mich auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe ja nicht nur die Hoffnung, dass wir unseren Titel verteidigen können, sondern ich habe auch die Hoffnung, dass der Sport jetzt nicht politisch sozusagen in einen Konflikt hineingezogen wird. Ich glaube, niemand kann daran ein Interesse haben. Aber Sie haben zu Recht diese schwierigen Fragen gestellt. Es gibt eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen im europäisch-russischen, auch im deutsch-russischen Verhältnis. Und deswegen reden wir miteinander. Deswegen hat es einen sehr intensiven Austausch gegeben. Heiko Maas hat in Moskau Herrn Lavrov seinen Kollegen getroffen. Und es ist kein schwieriges Thema ausgespart worden. Ich glaube, dass die Erkenntnis, die wir immer verteidigt haben, auch im Rahmen der europäischen Staaten, die da skeptischer waren und die gesagt haben, wir wollen Europa ohne oder vielleicht sogar gegen Russland organisieren. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Haltung. Auch bei jetzt der Frage des Untersuchungsberichtes erwarten wir natürlich eine politische Reaktion von Moskau, nicht eine pauschale Ablehnung der Untersuchungsergebnisse. Wir brauchen aber auch das Gespräch mit Moskau. Und wenn wir über die Situation im Donbass reden, wenn wir über den Krieg in Syrien reden, wenn wir über den Iran-Deal reden, das sind alles Situationen, wo die russische Politik im Moment eine schwierige Rolle spielt, wo sie aber gebraucht wird. Und deswegen, glaube ich, ist diese Balance wichtig, klar zu sagen, was in Russland und was an der russischen Politik aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist, sich aber auch einzusetzen für den Dialog. Das ist genau das, was Heiko Maas tut. Sagt Nils Annen, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, an diesem Montag bei Phoenix. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Beispiele 맛있det. Beispiele